Diese 5 Smoothies stärken und pflegen dein Haar. Ist dein Haar ohne Glanz und dehydriert? Konntest du Haarausfall nicht mit herkömmlichen Kuren stoppen? Mit diesen Smoothies kannst du deinem Haar wieder mehr Nährstoffe und Kraft geben. Die Pflege deiner Haare muss nicht immer unbedingt nur auf Produkten zur äußeren Anwendung beruhen. Es gibt auch Smoothies zur Stärkung der Haare. Die Ernährung spielt für die Schönheit der Haare eine grundlegende Rolle. Nicht nur die äußere Haarpflege ist sehr wichtig, Du solltest auch über die Ernährung die richtigen Nährstoffe für gesundes Haar aufnehmen. Verschiedene Nahrungsergänzungsmittel sind sehr vorteilhaft, wir empfehlen dir heute jedoch Smoothies zur Stärkung der Haare, die lecker schmecken und auch die allgemeine Gesundheit verbessern. Erstes Smoothie aus Spinat, grünem Salat und Apfelsmoothies zur Stärkung der Haare mit Spinat. Dieser köstliche, grüne Smoothie enthält Ballaststoffe, Aminosäuren, Vitamine und Mineralien, die geschädigtes Haar stärken und aufbauen. Außerdem ist er sehr kalorienarm, verursacht keinerlei Verdauungsprobleme und entgiftet deine Haare. Zutaten 6 Spinatblätter 3 grüne Salatblätter 1 grüner Apfel 1 2 Glas Wasser 100 ml Zubereitung Wasche zuerst das Gemüse und gib es in den Mixer. Schneide dann den Apfel in Stückchen und gib ihn auch dazu. Danach kommt das Wasser dazu. Mixe anschließend alles so lange, bis der Smoothie semmig ist. Einnahme für die besten Ergebnisse solltest du täglich einen Smoothie auf leeren Magen trinken. Zweites Smoothie aus Orange, Grapefruit und Blaubeeren Smoothies zur Stärkung der Haare mit Orange Dieser leckere Citrus Smoothie eignet sich besonders dann sehr gut, wenn du Probleme mit dem Haarwachstum und mit Haarausfall hast. Denn er enthält reichlich essentielle Nährstoffe, die die Durchblutung der Kopfhaut fördern und die Haarvollegel stärken. Zutaten 4 Orangen 3 Grapefruits 2 Blaubeeren Zubereitung Presse zuerst die Orangen und die Grapefruits aus. Gib dann den Saft zusammen mit den Blaubeeren in den Mixer und mische alles zusammen. Einnahme Wenn du den Smoothie am Vormittag, mindestens dreimal die Woche trinkst, erhältst du schon sehr bald die gewünschten Ergebnisse. 3 Smoothie aus Karotten Alpfeffer und grünem Salat Smoothies zur Stärkung der Haare Mit Karotten Neben anderen Smoothies zur Stärkung der Haare ist diese hier reich an Beta-Carotin, Aminosäuren und Eisen, und beugt dünnen, brüchigen Haaren aufgrund von Anämie vor. Zudem fördert er das Haarwachstum und gleicht Ernährungsmängel aus, die zu Haarausfall und zum Brechen der Haare führen. Zutaten 5 Karotten 2 Alpfeffer 4 Römer Salatblätter Zubereitung Entsafte die Karotten und verarbeite den Daft dann mit Alpfeffer und Salat im Mixer. Einnahme Du solltest den Smoothie am besten zwei Wochen lang jeden Vormittag trinken. 4. Smoothie aus Alpfeffer, Aloe Vera und grünem Pfeffer Smoothies zur Stärkung der Haare Mit Alpfeffer für diesen selbstgemachten Smoothie verwenden wir Zutaten, die viele wichtige Antioxidantien, Proteine und gesunde Öle enthalten, die zur kapillaren Gesundheit beitragen. Giftstoffe im Blut können Haarausfall und ein Auszocknen der Haare begünstigen. Deshalb ist es wichtig, sie zu reduzieren. Zutaten 2 Esslöffel Alpfeffer 5 g 1 2 Tasse Aloe Vera Saft 125 ml 1 Teelöffel grüner Pfeffer 5 g 1 Teelöffel Bierhefe 5 g 1 Glas Wasser 250 ml 1 Esslöffel Honig 25 g 1 2 Zitrone Ausgepresst Zubereitung verarbeite zuerst die Alpfeffer-Sprossen, den Aloe-Saft, den Pfeffer und die Bierhefe im Mixer. Danach kannst du ein Glas Wasser hinzugeben, um die Mixtur zu verdünnen. Verarbeite das Getränk, bis es schön sämig ist. Wenn du damit fertig bist, mische den Honig und den Zitronensaft hinzu. Anschließend kannst du den Smoothie servieren und sofort trinken. Einnahme Entweder du trinkst den Smoothie in kleinen Schlucken auf leeren Magen, oder am Vormittag. Außerdem empfehlen wir dir, ihn mindestens dreimal die Woche zu trinken. 5. Smoothies zur Stärkung der Haare aus Apfel, Orange und Karottensmoothies zur Stärkung der Haare mit Apfel und Orange Dieser nahrhafte Smoothie enthält diverse Antioxidantien, die Haarschädigungen durch Sonne und freie Radikale reparieren. Dadurch werden Giftstoffe abgebaut und die Collagen und Kreathe in Synthese werden angeregt, wodurch das Haar stärker wird. Zutaten 3 Äpfel Der Saft von 3 Orangen 3 Karotten 1 2 Glas Wasser 100 ml Zubereitung Wasche zuerst die Äpfel, schneide sie in Stückchen und gib sie in den Mixer. Presse anschließend die Orangen aus und schneide die Karotten klein. Gib alles zusammen mit dem Wasser in den Mixer und verarbeite die Zutaten gut. Sobald du eine gleichmäßige Konsistenz erhältst, kannst du das Mixgetränk sofort trinken. Einnahme am besten ist es, wenn du diesen Smoothie dreimal die Woche auf leeren Magen trinkst. Fehlt deinem Haar der Glanz und die Feuchtigkeit? Oder konntest du Haarausfall mit herkömmlichen Kuren nicht vorbeugen? Dann probiere diesen natürlichen Smoothies zur Stärkung der Haare aus, denn sie geben deinem Haar die benötigten Nährstoffe und stärken es.